Hallo, haben Sie irgendwelche Fragen? Mein Sohn, wer hätte gesagt, was genau das hier ist? Ach, was genau passiert? Also ihr habt bestimmt schon die Aufnahme auf dem Fernseher gesehen. Also wir stehen hier, um genau zu zeigen, was in verschiedenen Industrien passiert, wo Tiere involviert werden, wo Tiere versklavt werden, ausgebeutet werden, vergewaltigt werden und ermordet werden. Für Menschen, die irgendwelchen Genuss davon bekommen, entweder durch die Leichenteile oder Sekrete von diesen Tieren zu essen oder dadurch, dass sie diese Tiere tragen oder wenn an diesen Tieren getestet wird für Kosmetika und so weiter. Das heißt, das alles passiert jedes Mal, wenn ihr euch für tierische Produkte entscheidet. Und wenn ihr das mit dem Geld finanziert, das ist was in den Kulissen passiert. Okay, danke schön für die Aufklärung. Ja, gerne. Also wenn ihr das seht, bekommt ihr eigentlich ein gutes Gefühl dadurch oder nicht? Ja, ganz ehrlich, also wenn man darüber nachdenkt oder gar nicht darüber nachdenkt, wenn man diese Produkte kauft, was eigentlich doch dahinter steckt. Ja, also eigentlich, wenn man nicht, wenn man das nicht sieht, nicht darüber nachdenkt, dann hat man einen Genuss. Aber wenn man dann genau sieht, was man finanziert, dann ist das das Gegenteil. Richtig, genau. Deswegen denken sie nicht, es würde Sinn machen, komplett darauf zu verzichten, damit man wirklich ein gutes Gefühl hat, oder? Und damit diese Tiere endlich in Ruhe leben. Weil diese Tiere haben Menschen nichts angetan. Und das sind Lebewesen. Das sind Lebewesen, genau. Die fühlen, fühlen Schmerzen, andere Emotionen wie wir. Sie haben Familien, sie haben soziale Kontakten auch. Und wenn man nicht vegan lebt, dann nimmt man von diesen Tieren alles weg, was sie haben und selbst ihr Leben. Könnten Sie sich das vorstellen, vegan zu leben? Das kann ich nicht sagen. Also auf Tierprodukte zu verzichten generell, ja, in Richtung Kosmetik oder zu irgendeinem anderen Zweck. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, kann ich definitiv. Also ich brauche keinen Lippenstift, dann verzichte ich eher auf, darauf... Ja, weil man kann, also Lippenstift finden, die vegan und tierversuchsfrei sind. Das gibt es auf jeden Fall. Der Zerr kann ich jetzt die Frage, dass es im Steg greift, ja, kann man überdenken, definitiv. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, so ab jetzt entscheide ich mich tatsächlich vegan komplett zu leben. Das kann ich so jetzt erstmal nicht sagen, weil ich da einfach eine andere Einstellung dazu habe, weil ich einfach, ja, der Naturgang einfach noch mal... Was meinen Sie mit Naturgang? Denken Sie, das gehört zur Natur, eine Kuh zu vergewaltigen, nur weil Sie Bock auf... Nein, nein, vergewaltigen ist ein anderes Thema. Aber das passiert jedes Mal, egal also bei welcher Zucht, generell bei Tierausbeutung, diese Millionen, diese tausende Tiere, die jeden Tag gezüchtet werden, das passiert durch Vergewaltigung. Das geht nicht anders. Diese Tiere werden von Menschen vergewaltigt, zum Beispiel von Menschen. Also zum Beispiel in der Milchindustrie, der Bauer nimmt seinen ganzen Arm und steckt seinen Arm in den Arsch der Kuh und sie wird dann vergewaltigt. Die künstliche Befruchtung ist alles, genau. Aber das ist nur so ein Stempel, so ein Siegel drauf, damit die Menschen nicht wirklich merken, was wirklich passiert, weil das ist eine Vergewaltigung. Wenn wir das auf eine Frau machen würden, wir würden das Vergewaltigung nennen. Und das passiert mit Schweinen, das passiert mit Hühnern, das passiert mit Truthähnen, das passiert mit allen Tieren, die gezüchtet werden. Also wir haben Kärtchen auf jeden Fall. Also in der Regel, wir geben wirklich die Kärtchen nur an Menschen, die wirklich vegan leben wollen, die das Verstand haben, dass es keinen Grund gibt, was das rechtfertigt. Und dass diese Tiere genau wie uns verdient haben, in Ruhe zu leben, respektiert zu werden, nicht diskriminiert zu werden, nicht ausgebeutet zu werden und nicht ermordet zu werden. Weil im Grunde genommen, es gibt keine Weise, jemanden richtig zu ermorden, wenn dieses Individuum leben will. Und diese Tiere wollen genauso leben wie sie oder wie ihr Sohn. Sie haben bestimmt schon bei Hunden oder Katzen festgestellt, dass diese Tiere einfach sich ausdrücken können, wenn irgendwas wehtut, wenn sie Hunger haben. Man merkt, dass sie leben wollen. Wir werden das Thema auf jeden Fall überdenken, auch mit meinem Sohn, weil er guckt gerade so ein bisschen abgeschreckt. Ja, ich weiß. Und vor allem, ich glaube, bei Ihnen auch, als Sie ein Kind waren, also bei den meisten Kindern ist das einfach so natürlich. Das ist so selbstverständlich. Er hat ja wirklich als Kleinkind auch mal zu mir gesagt, Mama, ich kenne Kinder aus meiner Klasse, die Fleisch essen von Tieren. Er hat gesagt, ja, deine Salami morgens, das war auch mal lebendig. Ja, ja. Und dann hat er einen Schock gekriegt. Dann hat er echt angefangen zu weinen, was? Das war ein echtes Hut? Ja. Das war ein echtes Hut. Das muss ich ihm das auch mal erklären. Das war damals so schlimm für ihn. Und dann irgendwann vergisst man das. Oder die Eltern trauen sich nicht, über das Thema wiederzusprechen. Wir verstecken einfach diese Wahrheit zu den Kindern. Und irgendwann gewöhnen sie sich da dran und vergessen, was wirklich dahinter passiert. Und das, was sie finanzieren für ihre Kinder, gegen den Werten von ihrem Kind sind. Ja, also wenn sie wirklich... Ich glaube, der hat ganz viele Fragen, ist wahrscheinlich, ich kenne ihn. Ja, ich gebe euch gerne dann ein Kärtchen, weil ich sehe, dass er wirklich Interesse hat. Und zwar hier, ich würde auf jeden Fall die erste Doku hier empfehlen. Das ist auf YouTube, Dominion. Das bedeutet Herrschaft, weil Menschen denken, sie hätten Herrschaft über alle Tiere. Genau, und das sind dann solche Aufnahmen. Das deckt wirklich jede Industrie auf der Welt, wo Tiere ausgebeutet werden und ermordet werden. Und ja, das ist halt grausam. Aber ich denke, wir sind wenigstens verpflichtet, das zu sehen, was man den Tieren antut, wenn man dafür bezahlt. Ich nicht mehr. Ich sehe trotzdem diese Aufnahmen immer wieder durch Aktivismus. Aber ich denke, man muss wirklich spüren, sich schlecht fühlen, um daraus was Gutes zu machen. Weil wenn irgendwas sich nicht richtig anfühlt, wenn man geäkelt ist, wenn man aufgeregt ist, wenn man traurig ist, das ist ein Zeichen, dass man sich ändern muss. Definitiv. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich wünsche einen Wunder. Ja, sehr schönen Tag. Für ein schönes Wochenende. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.